Welcome to your bakery, your biggest dream came true Blablabla, willkommen beim Bakery Simulator Let's go, Alter Das ist mein, mein Home Was schaute denn jetzt so, ist das so abwegig oder was? Okay, ich stehe vielleicht nicht um 5 auf Das heißt aufstehen, wahrscheinlich sogar anfangen, keine Ahnung wann die anfangen Aber, pfff Ich bin jetzt Bäcker Use what to move around the bakery To control the camera, use mouse Okay, also das ist das Tutorial von Bakery Simulator Das ist wiederum eine Demo Okay, so 5 Minuten Bakery To Breakfast Bun Okay, äh, ja Ich bin hier gerade noch so ein bisschen am Lesen, weil ich da nicht noch ganz durchblicken Das ist das Rezeptebuch Wir müssen Buns machen Okay, 2 Stück Take, Recipe Oh Gott, ach du Scheiße Was muss ich hier jetzt machen? Irgendwas fehlt, okay Ich muss irgendwas kaufen Aha, okay Ja, so 40 Milliliter Wie viel Wasser? Auch 40 So 40 Milliliter Wasser Yeast Yey Was auch immer Yeast ist Keine Ahnung 4 Gramm 2, 3, 4 und Zucker Haben wir hier 2 Gramm Mixing Äh, rein damit Yeah, man Das geht ab 2, 3 Sekunden Soll ich mixen Achso Hier hin, oder was? Ne Hä? Transom mixed dough on the forming board Das ist doch das Ach nee, das ist das forming board Ah Hier Jetzt geht die Kacke ja aber los Ja Moment Aha, ich muss Spaceball drücken Zack Geil Ach, das ist so geil Dieses Schneiden Das macht mich so an Ne, nicht so rum Aber so rum Mhm Und dann so Und dann Mach ich so Und dann Mach ich so Und dann So So Hab zwei Dings geformt Kann ich immer nur einnehmen, oder was? So Das kommt jetzt da rein hier So Fertig Ich hab Fucking zwei Brötchen gemacht Ich bin der absolute King So Weg damit So Tschüss Ab damit Okay Let's go Ich fühle mich wie in Los Santos Wow 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 Was soll das denn? So Hier müssen die Die Zwei Ich fahre extra Ah Das ist ein scheiß Lenkung Ich fahre hier Wegen zwei Zwei Brötchen Fahre hierher Zwei Verfickte Brötchen Na gut Gerne Gut Ich hab's geschafft Danke Und ich hab da Die Uhr Und da Rot Und da Gelb Muss auch immer das heißt Keine Ahnung Aber ich hab hier eine neue Lieferung Ein Rezept Und ein Bronze Bread Ja So Dann Milch Braue ich keins Wasser 300 Milliliter Aha Yeast Fünf Gramm Salz Fünf Gramm Und Zucker Zwei Gramm Und noch Rayfloor Das sind alles so Begriffe Ich hab keine Ahnung was das ist So Das nehmen wir jetzt hier Drauf mit dem Fletch Das brauchen wir nicht mehr So jetzt wird hier A fuck round oder long So dann wird das so Noch geknetet Und so Ne so Das war's Okay In den Ofen Scheiße So wie lang muss der in den Ofen 60, 80 Sekunden Okay Klar kein Problem Und sonst so bei euch so Was geht Bin zu Hause gerade Ne ich bin beim Bäcker gerade Und back mein Brot So wie lang ist das Ding da schon drin Ah ja Perfekt So rein mit dem Teil Zack Zack Und Abfahrt Abfahrt Die Stadt Ist mega Was passiert eigentlich Wenn ich Oh Leck Schnell weg hier Mein Auto Sieht auch nicht mehr Ganz so Ganz so schön aus Ich würde gerne nochmal In einen reinfahren Ob dann Das komplette Auto Explodiert So Da muss ich hin Schon wieder exakt Der gleiche Auto Wie vorhin Auf dem fahre ich jetzt noch rein Hey fahre ich in den Panzer Oder was Was macht Bock Ein paar andere Autofahrer Weckrotzen Ah Dich auch noch Das Auto hält einfach Alle im Stand So Den Taxifahrer Zack Oh what Aber dich Es reicht doch schon Die kleinste Berührung Und der Typ Liegt auf dem Dach Aber das Taxi Geht nicht Was ist denn Was ist mit den Taxis Los hier Der ist tot Oh So Mini Berührung Achtung Oh nein Er konnte ausweichen Hey Dich kriege ich noch Guck dir den an Guck dir den davor So endest du jetzt auch Wie die ganzen Autos Direkt die Reifen verlieren Das ist einfach total dumm Ich wollte gerade sagen Ich habe glaube ich Alle fünf Autos Die in der Stadt rumfahren Kaputt gemacht Aber hier kommt noch einer Zufälle kommen mir nur Pinke Wagen vorbei Die alle gleich aussehen Aber den kriege ich noch Komm her Boom Ein neuer Rowdy ist in der Stadt Oh ja Dich kriege ich Dich kriege ich Zack Tschüss Schönen Abend noch Und da kommt schon der nächste Na ja Der hat gesehen Was ich mit dem anderen Gemacht habe Wollte direkt weg Oh ja jetzt aber Boom Boom Den einen habe ich nur gestriffen Jetzt aber Direkt das Rad verloren So kommst du auch noch Danke für den Rad Was ist mit dem Rad los Alarm für Cobra 11 Ich brauche Verstärkung hier auf der B34 Richtung Bäckerei Nee Egal Ich habe ihn Oh was ist das denn hier noch für Autos Was ist mit dem los Also ich habe jetzt ungefähr so einen Sachschaden von Je nach Auto Lass es so 100.000 Euro sein oder so Den ich hier verursacht habe Und das alles wegen einem Brot Zack 7 XP Gar keine Verzögerung 15 Dollar Und dann wäre der nächste Tag Zwei Farmers Lauf Aber darauf habe ich gar keinen Bock Deswegen Leute Sage ich euch Wenn ihr mehr Brote wollt Abonniert diesen Kanal Und ja Dann Geht ihr zum Bäcker Und kauft euch ein Brot Tschüss Ich habe jetzt ein Brot